Vierter Drehtag. Wir waren zu Gast im Tanz- und Theaterzentrum Graz. Es war der heißeste Tag des vergangenen Sommers. Außentemperatur 38 Grad, Innentemperatur 54 Grad. Aber das hat man kaum bemerkt, denn wenn mehrere Leute im Raum waren, war es auch schon egal. Ist er heiß? Tschaka, ist natürlich nicht heiß. Das ist ein neues Styling. Sweatflex hat das. So, bitte. Hallo, Jutta. Servus. Okay, Maas, da machen wir es mit. Bitte in die Mitte. Schauen wir von dir noch, ob schwarz oder weiß. Was ist denn? Sixpack oder kannst du bitte in die Mitte? Scheiße. Also du stehst da. So, einen weiten Weg hast du da. So, der Eugen. Der Eugen, der Sil in die Mitte. Der hat einen Grünplatz. Das Volk ein bisschen näher, damit ihr eure Gesichter so drüber seht. Wo ist der Rainer? Danke. Unsere vereinigten unabhängigen Medien werden sofort darüber berichten. Blogs und soziale Netzwerke werden umgehend bedient. Heute sind noch die Fernsehnachrichten dran. Und danach kann das Interview ungekürzt online gehen. Prinz zittern morgen nach. Wir hatten etliche Hitzeausfälle zu beklagen. Allen voran schmolzende Requisiten vor sich hin. Wir sind hier, um die Demokratie zu erhalten. Wir praktizieren sie nicht. Noch mal, gell schau. Ich habe gestern entdeckt. Und schau alles hin. Nichtsdestotrotz strotz strotzten wir den saharischen Temperaturen und machten uns ans Drehen. Cyborgs bitte zum Drehen. Nichtsdestotrotz, nur die Cyborgs, nur die Cyborgs. Schilauf noch nicht. Auch nicht, okay. Das sind ein Baza. Also wenn hier in einer Szene gedrückt wird und da. Der Rest wird noch digital eingefügt. Also auch die Tafel. Jetzt ist einmal gar nichts. Ihr wart jetzt auf den Beginn der Show. Weil wir sind ja noch nicht so weit. Da ist heute noch einer. Und der genau kommt jetzt rein. Und hier ist er. Unser Kandidat. Ich bin ein Kind von dir. Und jetzt die Frage an unser Schattenkabinett. Wie wertet ihr unseren Kandidaten? Wie wertet ihr unseren Kandidaten? Wie wertet ihr unseren Kandidaten? Wie geht's dir?